Die DAX-Analyse für Montag, den 13.01.2020 1.600 noch schaffen, würde ich als, naja, schon als gute Wahrscheinlichkeit einordnen. Oder sagen wir mal, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einordnen, dass wir hier mal einen Bogen schlagen. Und vielleicht noch nicht massiv drüber, aber es wenigstens mal ankratzen, mal dranscharren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Montag verlaufen wird. Das ist so ein bisschen, das ist mir ein bisschen, ich denke, da wird man viel darauf achten, wie die Marktteilnehmer sich agieren, ob sie jetzt hier brachial, insbesondere die Privaten, hier eher mehr die Short-Produkte aufbauen, weil sie denken, der Markt kippt jetzt wieder zurück auf 13.000. Oder ob sie zu aggressiv hier lang reinhauen. Viel ist nicht passiert, Supertrend ist an sich jetzt hier auch noch grün. Sie sehen, die Linie zieht sich seit dem 6.01. hier um die 13.050, zieht es sich hier grün mit. Signalisiert uns damit, dass wir hier noch keine, ja, noch keine Hochtieffolge bekommen, also somit noch ein Aufwärtstrend intakt ist. Ich würde deswegen einfach mal die Pfeile, die wir hier für den Freitag gesetzt haben, da hat er ja letztendlich weder das eine noch das andere so richtig gemacht. Da ist sie irgendwie dazwischen rumgeeiert. Einfach mal nochmal mitnehmen, denn ich denke, wir haben hier gute Chance. Also eher, ich würde wahrscheinlich das hier sogar weglassen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass unser DAX jetzt den hier macht, entweder zum Montag sich jetzt schon fängt, hocharbeitet und sich dann hier hochschiebt. Das heißt, dann können wir auch so machen hier. Wir haben dann quasi einen Longchicker, wenn hier ein neues hochkommt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann auch zum Montag schon, ja, wirklich schon zum Montag hier mal oben dran schlagen könnten. Und dann einfach mal einsetzen, ein neues Allzeithoch. Es gibt ja ganz, ganz viele Instizis, die es schon hinter sich haben. Auch im deutschen Bereich, der MDAX, der hat das auch schon hinter sich. Der hat schon ein neues Allzeithoch gesetzt gehabt. Und ja, es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich mal, bis es beim DAX jetzt auch noch nachschaut. Zumindest glaube ich jetzt erstmal nicht, dass man im Januar, Februar, März jetzt hier brachial die Umkehr reindrückt. Das heißt, noch sind wir ja zumindest in einem intakten Aufwärtstrend. Wir haben zum Freitag ein bisschen Federn bekommen. Für mich ist das so ein kleines Risiko, dass wir jetzt, weil das sieht man häufig, wenn der Freitag anfängt zu fallen, dass der DAX dann auch am Montag sich noch schwach zeigt und sich dann erst zum Dienstag wieder fangen kann. Deswegen ist der Montag mir wirklich so ein bisschen eine kleine Unsicherheitskomponente im Wochenverlauf jetzt. Aber ich würde es nicht ausschließen wollen, dass der direkt durchdrückt. Ich würde aber auch sagen, dass man so unterhalb der Tiefs vom Freitag, so alles, was so unterhalb von 4,50 ist oder sagen wir mal 4,30, vielleicht auch erstmal ein bisschen vorsichtig machen sollte. Ich persönlich würde dann warten, bis mal eine grüne Stundenkerze reinkommt, bevor ich dann mir Longs suche. Bis dahin vielleicht sogar mit einem Short probieren hier auf die 400, auf die 360. Das sind jetzt von oben schöne Ziele oder sogar die 300. Darf man jetzt sogar unterhalb von 4,50 mal Shorten, einfach weil wir statistisch betrachtet auf dem Montag eher Schwäche haben, wenn der Freitag eben schon abgedreht ist und wir uns dann zum Dienstag fangen. Da hat ja auch der Dienstag diesen Turnaround-Tuesday-Charakter oder Namen auch bekommen. Das sind einfach Sachen, die passieren so häufig, da kann man sich ruhig immer mal schon wieder mit abstellen. Ich würde trotzdem auch sagen, wenn der Markt zum Montag oberhalb von 4,80 tendiert, ist das für mich eine Deeskalation dieser Freitagsschwäche und ich würde dann persönlich versuchen, Long zu handeln bis 5,30, 5,60, 600, 6,30. Das sind jetzt so die Ziele auf der Oberseite und ich denke schon, dass wir bis Mittwoch, Donnerstag ja das Allzeithoch spätestens gesehen haben. Wenn er zum Montag sich schwach zeigt, zeigt er sich Montag positiv, dann dürfte das gegebenenfalls schon Montag, Dienstag mal kommen da oben. Also Chancen verstehen ganz gut. Marktphase ist soweit erstmal in Ordnung, vertretbar. Das ist jetzt keine Katastrophe irgendwo, dass ich sage, jetzt muss man hier aber aufpassen, da könnte was untergehen. Technisch betrachtet sind zwar alle ein bisschen am Abdrehen, aber das ist eher mehr so Rauschen, so Störfeuer in der Seite. Auch hier wäre der jetzt per Tagesschluss zum Beispiel hier unterhalb von 4,15, 4,100 rausgegangen, wäre ich da auch ein bisschen kritischer. Aber stand dem muss man ja sagen, hat er einfach ein bisschen oben die Luft rausgenommen, ein bisschen den Druck rausgenommen. Hier mal ein bisschen zurückgesetzt, das ist vollkommen okay. So ungefähr wie hier, Markt drückt hoch, dann drückt er eine kleine rein und dann kann er trotzdem weiterschieben. Also die Kerze ist jetzt erstmal signalseitig, nicht die Katastrophe. Weswegen ich hier jetzt auf jeden Fall erstmal noch sagen würde, der Trend ist positiv, der Trend ist aufwärts. Ein bisschen muss man jetzt aufpassen, wie die neuen Hochsätze hier kommen. Also wir haben jetzt hier ein neues hoch gehabt, wir haben hier ein neues hoch gehabt, wir haben hier ein neues hoch gehabt und hier ein neues hoch gemacht. Wenn er das nicht bringt, wenn er das nicht packt, dann, also Sie kennen das vielleicht noch aus Zeiten, wo ich nicht ganz so optimistisch bin, dann habe ich sowas immer als Trendschwäche interpretiert und das ist es im Grunde genommen auch. Das ist es aber in dem Punkt dann erst tatsächlich, wenn er dann auch in die Tiefs übergeht, weil dann haben wir oben meist eine abgestoßene Top-Formation und sehen dann immer sowas hier. Ja, das ist der Markt in dem Moment, wo er dann jetzt hier, warten Sie mal, ich mache Ihnen das mal ein bisschen plastischer. Wenn er sagt, okay, jetzt hoch nicht geschafft, hoch nicht geschafft, sieht nicht schön aus. Hoch nicht geschafft, hoch nicht geschafft, hoch nicht geschafft, hoch nicht geschafft. Und er hat dann hier so ein Muster drin, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier oben, das ist jetzt die untere Begrenzung. Und in dem Moment, wo er das jetzt nicht schafft, wo er durch diese Brüche hier, hier, hier und hier dann scheitert, dann geht er unten raus und dann drückt es sich meistens so breit, wie das Spanner ist, hier nochmal nach unten weg und dann hätten wir ihn so in die Richtung hier, dass er dann hier sowas runterschlägt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so abstrakt mit dem Geschmierer, aber dass wir es ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn man negativ, wenn man Gründe dafür hat, hier negativ zu denken, mir fehlen sie momentan, da ich mich wirklich rein auf die technische Basis konzentriere, könnte man sowas zum Beispiel auch anspielen in dem Moment, wo jetzt hier noch eine weitere rote Kerze hinzukommt. Weil ab dann würde ich nämlich auch von der technischen Seite her sagen, wir haben hier oben eine bestätigte Trendschwäche. Stand jetzt haben wir die noch nicht, da müsste er jetzt noch ein bisschen tiefer zurückkommen. Und dann sollte man aufpassen. Also wenn er jetzt hier noch weiter raus springt und noch tiefer, dann insbesondere ab hier wäre das dann klarer Short. Klarer Short Richtung hier 12.500, 12.300. Aber dafür müsste er halt noch ein bisschen, er muss jetzt halt noch Schwäche zeigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt Schwäche ist, was wir hier gehabt haben. Es ist jetzt nicht die brutalste Stärke, aber erinnert sich mal zurück, was wir hier am Mittwoch für eine Bewegung gesehen haben. Erinnert sich mal zurück, was wir hier am Donnerstag hatten, am vorletzten Donnerstag. Da sind schon immer starke Moves drin gewesen. Und dem entgegengesetzt möchte ich dieses abendliche Abrutschen, diese abendliche Schwäche vom Freitag jetzt einmal nicht überbewerten. Denn die Tendenz ist aufwärts, der Trend ist positiv und von daher, wenn da Positivität wieder reinkommt, wenn der mal grüne Kerzen stellt. Also ich persönlich würde long gehen. Ich würde das dann ignorieren, was er dann hier gesetzt hat. Und in dem Moment, wo er dann da quasi wieder hochdrückt, wir einfach versuchen, ja, Longs mit aufzubauen halt. Insbesondere, wenn jetzt hier grüne Kerzen wieder reinkommen, die über 4.70, über 4.80 schließen, wäre mir persönlich das erstmal genug. Es sollte nicht unbedingt genau 9.30 Uhr kommen. Das ist Montag immer so eine leicht kritische Zeit, wo der Markt gerne mal Montag hochdreht bis 9.30 Uhr und dann runter bis Tagesende fällt. Wenn Sie sowas sehen, 9.30 Uhr hier, zack, an die 500 ran und der kippt dann massiv weg und geht auch wieder unter 4.50. Dann auch wieder eine Short-Position. Das sind so die typischen Verläufe, die man im Montag hat. Da kann man sich ruhig zwei, drei Sachen zurechtlegen. Den einfach mal kommen lassen, nicht gleich der Erste sein, der da drin rumrührt. Und dann gucken Sie, wie kommt er rein. Drückt er sich nach oben, dreht er sich wieder von oben nach unten massiv weg, schiebt da gleich welche weiter. Ich glaube, damit könnte man am Montag zumindest hier relativ gut sich irgendwie durchhangeln. Ansonsten haben wir weiterhin hier 400, 360. Das ist eine gute Unterstützungstone. Und eben darunter hier der Bereich dann um 300, 285. Das ist natürlich auch ganz nett, von oben kommt. Die 360 nicht unterschätzen. Das ist ein ernster Gegner hier, genau wie die 400. Also 400 bis 360 ist schon eine gute Unterstützungszone. Und ansonsten orientieren Sie sich an der 450, 480. Dazwischen würde ich ihn erst mal machen lassen. Unter 450 für mich dann eher Fortrichtung 400, 360. Über 450 Potenziale bis, ja, oder sagen wir mal über 480. Potenziale dann eher wieder oben raus, 530, 560 und mehr. Voraussetzung natürlich, dass wir nicht genau so gegen 9.30 Uhr dann an die 485, 500 schlagen und dann brutal dort wegdrehen. Und das wäre eher sogar für das Short-Setup dann gut. Okay? Gut. Dann versuchen Sie mal gut durchzukommen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Und schauen wir mal, ob wir hier ein Allzeithoch die Woche hinkriegen. Ich glaube... Also ich denke schon, das könnte was werden. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen jetzt. Auch mit diesem Andruxen vom Freitag, mit diesem schönen Abdrehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele jetzt ein bisschen short-short-shortiger denken. Dann hat das oben raus leichter. Insbesondere, wenn er dann durchzieht. Also wenn er gerade durchzieht, hätte er es wesentlich leichter, weil die Leute dann wieder ihre Stops schlecht gesetzt kriegen. Ja, das könnte ich mir... Ich könnte es mir gut vorstellen. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Maximal Erfolge. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao.